Okay, damit endet diese Episode und wir haben vier neue Einblicke zum Ansehen. Hohoho, da haben wir ja einiges zu tun. Gut, schauen wir mal, es geht los mit dem Polarfuchs. Als ich zu klein war, hatte mein Vater einen Blatt-Holfe. Wenn du mit einem Blatt-Holfe bist, wenn es gefährlich ist, sie versuchen, dich zu verme, dich zu kommen. Sie holen sich hier und da. Voxen sind wie kleine kleine Kinder, in einer Weise. Wenn du sie aufhörst, sie geht in die Schnee, in der Luft, in der Luft. Ich weiß, sie ist glücklich. Sie kommt auf mich, auf mich auf meine Beine, die mich zurückkriegt und ich versuchte es nicht zu lassen. Also das war meine Erinnerung von meinem Papa's Pett-Fox. Die anderen leben am Meer und ernähren sich hauptsächlich vom Walfang, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war Walfang. Und die anderen leben halt weiter im Landesinneren und die leben vor allem von der Karibujagd. Gut, also ich weiß nicht, ob das hier vielleicht ein Einblick in beide Teile dieses Volkes ist, aber könnte ich mir bald vorstellen, denn wir sind ja jetzt eigentlich mit Nuna am Wasser gewesen. Das würde ja mehr für die am Meer sprechen, aber Karibu klingt halt mehr nach denen im Landesinneren. Ich denke mal, es wird wohl so ein Gesamteinblick sein, eher. Karibu war... ... es hat uns in vielen Fällen gegeben. Unsere Kleine in den Tagen waren aus allen Karibu-Skinn. Ich war auf die Karibu-Bands, Mittens, Karibu-Skinnmattress, Blankete. Unsere Kleine waren mit Wolf-Leggings, Sealskinn-Sole-Bottoms. Die Karibu-Skinnmattressen waren für die Insoles. Das war die Karibu-Skinnmattressen, auch. Aber die Karibu-Skinnmattressen war das beste. Wir bekommen so viele Jahrlings als wir konnten für unsere Outer Kleine. Und für einen schweren Winter, wir bekommen Karibu im Februar oder im März, weil das Haar das langste und die Haut das dickste war. Und wir würden sie für unsere Wintergear benutzen. Mit diesem, Stefan, könntest du außerhalb und 50 Meter drüben, und es würde dich ein wenig interessieren. Was ist das? Silja ist die Wetter. Es also bedeutet die Atmosphäre. Hier ist die Nuna, oder der Land. Und es ist alles, von der Land, bis zum Mond, bis zum Mond, bis zum Mond, bis zum Mond, bis zum Mond. Bis zum Mond. Das ist Silja. Das ist Silja. Es ist sehr spiritual, und wir haben eine relationship mit Silja. Silja hat eine soul, in der samee wie wir als Menschen tun, in der samee wie die Tiere tun. Ich denke, spirit-helpers in und of themselves sind wirklich über die wir mit den Menschen verbunden. Und so es ist, dass es ein spirit-helper, dass sie sich als ein Tier zu zeigen. Oder es ist ein spirit-helper, die tatsächlich sich zu zeigen, mit dem Face und Body von einem Mann, insofern, der animal-form. Und so, ich denke, eine der Dinge, das ist hart zu verstehen, ist, dass es nicht eine Art, eine Art, eine Art, eine Art, eine Art, Es ist eine Art, eine Art, zu wissen. Wir haben immer das Spiritualität, von allem, uns. und das, es ist die Interaktion, die du mit dem Luft wirst, das Ozean, die du von den Ressourcen gehst, die Räume, von denen du Fisch gehst, die Tundra, von denen du Bärchen gehst, die Tiere, die sich selbst geben, es ist alles, alles. von denen. Ich finde solche Sichtweisen auf das Leben, schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Und, äh, die gefallen mir auch sehr. Also, ich persönlich, ähm, bin ein großer Freund des Buddhismus, und, äh, im Prinzip, geht es da ja in eine ähnliche Richtung. Also, dort ist es ja dann letztendlich die Einsicht, also, äh, ich sage jetzt mal, mich interessiert am meisten der Zen-Buddhismus, weil es da halt auf die grundlegenden Informationen eingedampft ist, und keine, äh, keine, wie sage ich denn am besten, keine lokal eingefärbten, äh, religiösen Geschichten noch mit eingewebt hat. Also, es gibt ja noch, ähm, Maiarana und sowas, äh, wo man dann eben, also, die ganzen indischen, äh, im indisch geprägten buddhistischen Richtungen sozusagen, oder auch, äh, der tibetische Buddhismus, die haben ja dann im Prinzip noch ihre lokalen Götter mit drin, und sehr bunt ausgekleidete Geschichten. Dann, mich interessiert halt mehr so dieses, grundlegende, worum es geht beim, also, äh, was so die, die grundlegende Gemeinsamkeit aller buddhistischen Traditionen ist, und das ist im Zen ganz gut wiedergegeben. Und da ist letztendlich auch die Erkenntnis, äh, wir alle sind irgendwo eins, sind alle miteinander verbunden, und da kommt man dann am Ende auch zu der Erkenntnis, äh, ja, dann sollte man vielleicht auch, ähm, nach Möglichkeit nicht andere ausbeuten, äh, dazu gehört auch die Natur, und sollte sich vielleicht überlegen, schade ich mir nicht selber, wenn ich anderen schade sozusagen, auf indirektem Wege, wenn man so will. Und ich finde, das geht so in eine ähnliche Richtung, deswegen gefällt mir das eigentlich ziemlich gut, diese Einsicht in das Ganze. So, der Weg der Fallensteller. In the winter, when we were traveling, we didn't build south houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuyak. We do a day of travel, and then we'd make an apuyak. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Du Barg. They had a small, sad house over there. We didn't have to do anything. We'd just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away, whilst kids played outside, or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt, or with my grandmother. And then he started on his trips, and go check his trap line. We were not into 85 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in an ecological time. from the time. of course, a hundred days for today. I think it sounds like a thing about One thing about that, I think, the first thing about that, was said, that Nuna is the land. That means our host also is she the name of the land, das insgesamt irgendwie, also der Landmasse sozusagen, dass die Geschichte, ja, es geht vielleicht nicht unbedingt um ein kleines Mädchen, sondern vielleicht ist das eher als Parabel zu sehen, wenn man so will. Denn es wurde ja auch gesagt, in Bezug auf die Geister, dass es nicht um die konkreten Dinge geht, die in den Geschichten mit erwähnt werden, sondern mehr um die Verbindung zwischen einem Selbst und der Umwelt. So, ich würde sagen, wir sollten uns mal wieder um Nuna und den Fuchsi kümmern, denn ja, Nunas Dorf sah nicht so gut aus, ne? Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Robert Cleveland, Nassauk. Und da sind wir wieder. Was war denn das für einer? Der sah ja putzig aus. Oh, die Kleinen sind also garstig und bösartig. Na sowas. So, hilft uns das weiter, Fuchsi? Nein. Kommst du irgendwie unten durch? Auch nicht? Okay, aber Fuchsi kann, glaube ich, ein bisschen weiter springen als Nuna, oder? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns einfach den Winzer Nutze machen. Komm, Nuna, beeil dich. Fuchsi ist gleich weg. Wenn du noch lange trödelst. Okay, komm ich hier irgendwie an die Wand dran? Aha. Cool. Aber ich komm nicht, ah, ich komm da nicht weiter hoch, dann. Ah, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon. Na, bitte nochmal, Fuchsi. Und, hopps, ha, das war aber knapp. So, Nuna. Hat sich erstmal drüber eingehauen, die Arme. Ich gehe heute. Ich bin glücklich, dass ich mich in der Rübe reingehauen kann. Der Eulenmann. Ah, den haben wir gerade schon im Video getroffen. Ich möchte nicht mehr machen, wie ich es habe. Ich bin nicht mehr auf dem Universum. Ich habe hier keine Konsequenzen. Ich bin nicht mehr auf dem Wetter. Ich bin nicht mehr auf dem Wetter. Ich bin nicht mehr auf dem Wetter. Hat der Eulerich uns jetzt eigentlich wieder ein Video freigeschaltet oder? Ne, ich glaub nicht, die sind einfach nur das Begleiter des Eulenmanns da, ne? Gut, suchen wir die Trommel. Ah, hier. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Okay. Ihr seht das? Ach so, das ist bloß das Seil. Okay. Na dann, Nuna. Weiter geht's. Aber wer sind die Kleinen, ist die Frage. Die Klinge erstmal ganz niedlich. Aber wenn sie am Plündern sind... Oh. Halt, ich bleib erstmal oben. Ich würd gern da rüber... Ich würd ja gern hier rüber, genau. Ich wollte nämlich das Video haben. Objekt greifen und bewegen. X und die Richtung gedrückt halten. Okay. Ab nach unten. So, die Frage ist, in welche Richtung müssen wir? Hier hinein. Sieht nicht ganz falsch aus. So. Können wir uns hier nicht an die Wand schieben? Ach nee, weiter geht's nicht. Na dann. Wechseln wir wieder auf Fuchsi. So süß. Wie er da hoch tapselt. Okay, das klappt doch richtig gut bisher. Und nach unten. Okay. Okay. Ich würde da hoch und schütteln. 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 Hätte ich etwa nicht entdeckt werden dürfen, oder wie? Ah, okay. Na, wenn das so ist, dann müssen wir uns Mühe geben, nicht erwischt zu werden. Na klar. Der Fuchs ist eine große Hilfe, indem er sich oben drauf setzt. Das könnte auch eine Katze sein. Ist klar. Was liegt da eigentlich drin in dem Käfig? Was ist das denn? Wer weiß. So Fuchsi, du bist wieder dran. Und nun er kommt hinterher. Okay, wir müssen jetzt offenbar ein bisschen aufpassen. Wie sieht das denn aus unten? Kommen die da nochmal irgendwie lang, oder? Ich höre es immer bloß tapsen, aber es kommt keiner. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay. Ich glaube, wir müssen rennen. Ja, wäre vielleicht besser. Lass mal gehen. Ach, wir spielen Nuna. Ich wollte eigentlich das Fuchsi haben. Und jetzt? Oh. Du bist ja gemein. Aber ich kann doch nicht beide von dort wegsteuern. Ihr müsst mir doch eine Chance geben. Oh, oh. Fuchsi. Ach, du Schande. Was geht denn jetzt los? Nein, 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 nein. Lass mal, lass mal. Ach, man darf nicht mal berührt werden von den Dingen. Na, das ist ja doof. Dann hätte ich gern Fuchsi wieder. Oh, oh. Gut gemacht. Oh, das war ja natürlich nicht so schlau. Ja, da ist sie traurig. Aber es ist natürlich freundlich vom Spiel, dass es hier die Speicherpunkte so nicht setzt an der Stelle. Ach, komm, Mädchen. Du musst natürlich auch ein bisschen mitmachen. Vielleicht ist es auch besser, mit Nuna zu spielen, weil der Fuchs doch ein bisschen agiler mitkommt. Na, würde ich zumindest denken. Ja, der kommt ein bisschen schneller nach. Na, komm, einer noch. Und, oh. Das war ja gemein. Okay, ich wechsle wieder auf den Fuchsi. Lauf nur. Ja, verzieht euch. Okay, haben wir hier irgendwas, was uns hilft? Ach, die Trommel. Ich bin hier, Herr Rolo. 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 Und jetzt? Ach, hier drüben geht's weiter. Alles klar. So, dann darf Nuna mal wieder schieben. Ich weiß zwar noch nicht, wohin, aber... Ach so, hier dran einfach nur, oder? Ich denke mal, der Fuchs wird wohl jetzt... Dreh dich mal bitte, danke. Jetzt wird er hochkrabbeln können. Nee, doch nicht. Kann er vielleicht... Ja, du musst keinen Moonwalk in der Luft machen. Okay. Dann wechsle ich einfach mal. So, vielleicht klappt's ja jetzt. Dreh dich mal bitte, danke. Okay, wir schauen einfach mal kurz hier drüben, ob hier noch irgendwas ist. Nee, hier ist auch schon die Wand. Vielleicht mach's ja einfach mal so, dass ich hier runterhüpfe. So. Hopps. Und hopps. Na, das war doch gar nicht so schlecht. Hoch mit dir. Und jetzt das Seil nach unten. Ah, okay. Und Nuna... Nein, nein, nein. Bleib schon oben. Das ist schon richtig so. Und Nuna kann sich jetzt hier die Kiste wieder rüberschieben. Wunderbar. Okay, man kommt rein mit der Zeit. Also es ist ja gar nicht so schwer bislang eigentlich, die Rätsel. Aber ich denke mal, es wird schon noch ein bisschen komplizierter werden mit der Zeit. Und diese Riesentrommel auf dem Rücken. Die sieht hübsch aus. Die Trommel. Okay, was haben wir denn da bekommen? Achso, wir sind ja Fuchsi gerade. Oh. Okay. Wie kann ich das denn benutzen jetzt, ist die Frage. Oh, so nicht auf jeden Fall. Gut, ist also interessant. Wir können auch mitten im Spiel wirklich jede Zeit die Kultureinblicke gewinnen. Ich teste mal gerade die Tasten aus, damit ich hier weiß, was ich eigentlich machen kann. Ist nämlich eine etwas vertragte Steuerung, sage ich mal. Okay, wir werden bestimmt noch eingewiesen, denke ich mal. Ansehen, Bola. Ah, okay. Also wir haben eine Bola bekommen. Das ist natürlich cool. Wer nicht weiß, dass es eine Bola ist, das ist im Prinzip eine Art Schleuder. Wir werden es uns einfach mal anschauen, würde ich vorschlagen. Obwohl das kleine Volk Bola... Ne, wir warten noch bis zum Ende des Kapitels. Oh, jetzt habe ich es auch schon drauf gedrückt. Na gut, schauen wir es uns direkt an. Die Bola ist ein Kielamitam. Die Kielamitam ist aus dem Kielamitam. Das ist ein Schleuder, um etwas Dachsoupes zu bekommen. Und die Bola ist eine sehr handvolle Wehung, um die Dachsoupes zu bekommen. Wenn die Dachs fliehen, dann schlägt man sie auf und die Böden auf die Böden und dann geht es. gemein aber so ist das genau eine bola ist also im prinzip es gibt auch andere formen der bola die wird auch zum beispiel in südamerika benutzt also dort wird sie immer noch von denen ich weiß gar nicht wie sie heißen von den ranchern eben benutzt um vieherden zu treiben sozusagen oder um ein bestimmtes vieh zu fangen das kann auch unter umständen einfach nur eine kugel sein ich glaube dann heißt sie direkt bola perdida eine verlorene kugel also dann ist es halt bloß eine kugel die an einem strick hängt sozusagen und man schleudert dann im prinzip den strick ist halt nicht wie bei der schleuder wie sie jetzt zum beispiel von den balearischen schleuderern in der antike benutzt wurden wo man richtig eine schleuder in der hand hat und dann das geschoss einlegt sondern dort ist die waffe direkt selbst das geschoss so das schauen wir uns gleich auch noch das kleine volk an wenn ich jetzt schon mal drauf gedrückt habe auf das eine video und danach können wir dann weitermachen sie sind einfach wie andere sie sind einfach sehr klein und sehr stark diese sind die historien common in der Alaskin normalerweise die Menschen sind von der Elbe zu den tippen von der Fingern und sie haben superhuman strengthens so sie vielleicht sind klein aber sie können eine ganze Karibouw und wenn du nachher gehst und Wenn du mit ein paar Menschen in der Gemeinde sprechen, dann sprechen sie über den kleinen Menschen. Es gibt einen Ort, an der wir wissen, aber wir nicht überprüfen es zu niemandem. Aber es ist nicht wie der Boogeyman. Sie können michchievious sein, sie können ornery sein, oder sie können helfen. Und jedes Mal und dann, wir haben die Möglichkeit, sie zu sehen, wenn sie sie wollen, sie zu sehen. Das Fakt, dass es in Alaska ist, zeigt uns wirklich etwas über unsere Geschichte und wie wir mit der Natur unterhalten. So, Fuxi. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Oh. Na, das sah ja nicht so gut aus. Hilft uns aber weiter. Immerhin. Ah, okay, jetzt kriegen wir eine Einweisung. So, schauen wir mal. Welche Tasten sind das? Ich weiß es gar nicht so richtig. Also mit dem rechten Stick scheint es nicht zu funktionieren. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Ja, ich drücke jetzt gerade auf den rechten Stick. Offenbar kann man damit auch die Charaktere wechseln. Ach, das ist wie, als ob ich die Tasten drücken würde. Das ist aber seltsam. So, nicht. Okay, dann muss ich mal ein bisschen schauen. Hm. Ich probiere mich mal ein bisschen los. So richtig will es mir gerade noch nicht einleuchten, wie es gehen soll. Okay, es ist aber immer, wenn ich nach rechts drücke, dann fährt sie die Bola aus, sozusagen. Okay, ich dachte vielleicht, wenn ich nochmal drücke, dann klappt das aber. Nee. Hm. Hm. Ich halte einfach mal die Richtung gedrückt. Okay, das klappt nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es geht. Nee, so wechsle ich bloß. Hm. Seltsam. Ich werde mal ganz kurz unterbrechen und mal ein bisschen rumprobieren, bis ich das rausgefunden habe, wie das hier aussieht. Vielleicht muss ich auch mal die Steuerung ändern, ich weiß es nicht. Also bis gleich. Ich mag 엿광ier... Aber ich schbear. Bis zum nächsten Mal.